Musik Es ist heute Fakt, dass die Tatsache, dass die Modelle, mit denen die Zentralbanken dieser Welt ihre Politik machen, dass es in diesen Modellen per Annahme unmöglich ist, dass es so etwas gibt wie eine Finanzphase. Wir haben in Deutschland keine Untersuchung der Krise gehabt. Wir müssen verstehen, dass viel von dem, was wir als Kopfentscheidung darstellen, eigentlich Bauentscheidungen sind. Ich bin da so ein großer Anhänger, dass wir in der Wirtschaftspolitik uns auch vom Kopf leiten lassen. At the core, economics is about politics and about power. And the question for the economist is, whose power are you going to serve as an expert? Are you going to serve the public good of society? Are you going to serve private consulting patrons? Are you going to serve institutions of power? Or are you going to serve the people more generally? Müssen wir so arbeiten? Würde es vielleicht auch anders gehen? Ist es gute Arbeit, wie wir uns das wünschen? Oder ist es vielleicht eigentlich der tägliche Wahnsinn und das tägliche Hamsterrad, was wir da morgens um sieben oder um acht in der U-Bahn sehen? Und wir sehen uns bei 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 uns bei